Herzlich Willkommen auf dem Masterkampfstand der EMU 2019. Zusammen mit unseren Partnern zeigen wir zahlreiche Innovationen mit der Firma Heimer, gerade im Bereich der Industrie 4.0, Prozesskettendarstellung, wie wir Prozesse optimieren können im Bereich des Werkzeuges, Werkzeugspannsysteme und natürlich auch der Werkzeugverwaltung. Auf einer ProFlex 6 der Firma Lehring zeigen wir zusammen mit unserem Werkzeugerstellpartner der Firma Forer Tosek dynamisches Fräsen und schlicht mit Kreissegmentfräsern wie ein Aluminiumstrukturbarteil in einer optimalen Zeit mit perfekten Oberflächen zersparend wird. Die Technologie der Kreissegmentfräser verinnerlicht eigentlich große Radien in kleinen Werkzeugen. Hier ist der große Vorteil, dass wir die Bearbeitungszeit massiv reduzieren. Es ist uns natürlich sehr wichtig, auch die neue Version von Masterkampf zu präsentieren, die Masterkampf 2020. Eine Vielzahl von Innovationen ist dazu gedacht, schneller zu arbeiten mit dem System, schneller zum Ergebnis zu kommen und natürlich dabei auch perfekte Ausgabequalitäten auf der Maschine zu erreichen. So, es ist wunderbar zu sein, dass wir hier an IEMO haben. Wir bekommen die Möglichkeit, die Dinge, die wir tun haben, mit unserer Software zu zeigen. Es ist auch ein wunderbar zu kommen hier und sehen, was unsere Kunden sind mit unserer Software zu machen. A lot of times, wir sind behind-the-scenes, wir entwickeln die Technologie. Wir bekommen nicht die Möglichkeit, die Endeffektion zu sehen. Und das ist immer sehr spannend, zu hören, was die Kunden machen mit Mastercam, hören, wie sie die Boundaries pushen, testen die Limitungen, und wirklich entwickeln die Zukunft, nicht nur der Manufaktur, sondern der Welt in generell.